Hallo und herzlich willkommen hier auf ldamiap.com, heute wieder mit einer Buchrezension. Dieses Mal der lange Schatten von Tschernobyl von Gerd Ludwig, der hat die Fotos gemacht, der hat die Texte darin verfasst mit einem Essay von Michael Gorbatschow. Das Buch gibt es im Verlag Edition Lammahuber zu kaufen. Alle weiteren Infos dazu gibt es auch auf unserer Homepage unter ldamiap.com slash news slash der lange Schatten von Tschernobyl, alles in einem Wort. Man sieht hier, das Buch ist 29 mal 31 Zentimeter groß, also ein ganz schön ordentlicher Brocken. Beginnt mit einem schönen Zitat, das Buch. Auch die weißen Flecken sind tatsächlich im Buch drinnen, also die Linse ist nicht dreckig oder irgendwas. Das sind vom Film, der verwendet wurde, der wurde durch die Gamma-Strahlen und die radioaktive Strahlung, die dort vorherrscht, teilweise geschädigt. Das sind diese Sprinkeln, die man da sieht. Hier ist ein Blick in den Reaktorkern. Das Buch ist sehr hochwertig produziert, befasst sich nicht nur jetzt mit dem Reaktor selber, sondern auch mit den Auswirkungen, also wie man hier sieht, zurückgelassene Puppen. Hier sieht man die Arbeiter, die versuchen im Block 4 des Atomkraftwerks Sachen zu reparieren. Gerd Ludwig befasst sich hier auch mit den Auswirkungen oder den Nachwirkungen dieser Katastrophe. Hier, das ist jetzt der Essay von Michael Gorbatschow, wo er eben darüber schreibt, dass auch die Regierung da damals noch, UDSSR, zu Beginn auch nicht genau gewusst hat, worum es geht. Gerd Ludwig hat hier immer wieder auch mit Leuten gesprochen, die dann wieder ins Sperrgebiet teilweise auch zurückgekehrt sind. Hier sieht man, seit 2011 kann man auch als Tourist dieses Gebiet rund um Pripyat und Tschernobyl besuchen, mit entsprechenden Genehmigungen. Er hat da eben auch dort die Menschen besucht, teilweise die wieder zurückgekehrt sind, die sagen, sie wollen nicht weg, das ist ihre Heimat. Und ob sie jetzt dann früher oder später sterben durch die Strahlung, ist ihnen egal. Also ein Teil des Buches ist auch den Opfern gewidmet. Es sind ja zu Beginn einige gestorben, aber die viel schwerwiegeren drin folgen, sind natürlich die in der nächsten Generation dann, die der Kinder, der jungen Frauen, die halt jetzt Kinder bekommen wollen, Kinder bekommen können, die natürlich auch Angst haben, was wird sein, hauptsächlich Schilddrüsen, Erkrankungen sind da zu verzeichnen. Hier sieht man halt diese gespenstischen Bilder dieser Geisterstadt Pripyat, die direkt in unmittelbarer Nähe, in Sichtweite des Atomkraftwerks liegt. Man kann sich da auch als Tourist vor der Ruine fotografieren lassen oder selber Fotos machen, immer nur unter gewissen Auflagen und nur gewisser Zeit, weil die Strahlung dort ja nach wie vor sehr hoch ist. Gerd Ludwig war mehrfach dort in der Sperrzone. Er hat auch in den Reaktor selber, also in den Block 4 hinein können, was als normaler Tourist meines Wissens nach nicht notwendig ist. Das ist jetzt ein Blick in den Kontrollraum des Reaktors 3, der vom Reaktor 4 natürlich ident ist. Drehkreuze schirmen da die einzelnen Bereiche ab. Das ist jetzt der verlassene Kontrollraum im Reaktor 4. Da musste eben alles schnell gehen, hatte man nicht viel Zeit mit Atemschutzmasken. Da geht es hinunter unter den Kern, da ist ja auch unterm Kern angegraben worden. Hier sieht man das jetzt auch, vielleicht das ein oder andere weiße Pünktchen auf der linken Seite. Das ist jetzt ganz dicht beim Reaktor, da hat Gerd Ludwig nur 30 Sekunden oder so rein können. Ein Foto machen können, man sieht die Uhr, die ist kurz vor halb 2 Uhr morgens stehen geblieben, als die Katastrophe passierte. Dann noch ein paar weitere dokumentarische Informationen, also nicht nur Bilder, es ist auch viel Geschichte dabei, viel Erklärungen dazu, jeweils immer in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefasst. Ich kann das Buch nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Ich war damals drei Jahre alt, als das passiert ist, ist aber sehr interessant und kann ich nur jedem sehr empfehlen. Hier sieht man dann die Sperrzone. Nummer 1 ist das Atomkraftwerk. 2 ist dann die Stadt Pripyat und 3 ist Tschernobyl, die Stadt Tschernobyl. Man sieht, das sind die heutigen Grenzen. Man hat zuerst einfach einen Kreis drum herumgezogen. Und hier sind noch weiterführende Informationen. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Buch. Sehr ordentlich gemacht, gut verarbeitet. Gefällt mir auch von der Größe, wie gesagt, 29 x 31 cm. Und kann man direkt beim Verlag bestellen. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage. Bis zum nächsten Mal.